ja liebe leute willkommen zurück das ist schön das ist nett kommt direkt zu mir das passt ja ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen also ich habe ein bisschen weiter gemacht im prinzip habe ich nichts weiter gemacht außer dass ich immer ein bisschen geformt habe dass ich hier einfach vor mich hin geschwommen bin und hier so ein paar sachen gebaut habe segel und dann hier sind um damit ich dann irgendwie immer mal die insel ankommen und dann das ja und dann drehe ich mich immer so komisch also ich habe hier die fangnetze auf irgendwelche schräge angesetzt dann gebaut legt mich am besten mache weil ich komme immer was ich drehe mich irgendwie also gerade geht nie das ist es irgendwie leicht schräg ist das das haut ja ab das ding hier wuscht es vorbei also egal wie ich die anordne irgendwie finden die immer weg zu verschwinden na gut was habe ich denn ich habe jetzt nämlich auch eine lösung gefunden gegen diese vögel indem man einfach hier oben was drüber baut und das war's die kommen ja nicht mehr hin man kann es in ruhe anbauen gießen und perfekt dann habe ich das ist ja auch so eine führung lang hier ja die gehen ganz schön schnell runter wie sieht sie aus das eine ist fertig aber das nehme ich mir gleich mal weil es sieht nämlich gar nicht so tolle aus genau das hilft dann habe ich ein bisschen rum geangelt und habe hier zwei schuhe gefunden also ach so und dann habe ich noch was anderes gefunden ja genau oder mal ich muss mal schauen es gibt so umfass zu sehen alles gut aus und zwar beim angeln angehen ja das ding habe ich gefunden cool finde ich cool lässig ein tisch dafür gebaut und das hingesetzt so und ansonsten das nächste was wir unbedingt brauchen ist diese schmelze drei fässer vier fässer dahinten das sieht ja wieder so aus wenn hier wieder so haarscharf vorbei die beiden gehen rein dahinten das ding das geht auch wieder haarscharf vorbei okay also da komme ich hin ich komme nicht hin ich komme nicht hin so okay das muss ich noch mit alter alter da haut das ab hier ich sag's ja ich sag's ja so ein assi fass und das wahrscheinlich auch so oder oder ja 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 das geht ja genau durch und dann geht das bestimmt hier an dem vorbei hallo schade ich das mal an no 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 ich muss jetzt ist der hammer ich muss ja noch die ich muss eigentlich alles alle vier ecken muss ich zu machen weil das wird dann hier durch und hier lang na gut okay ich kann das auch nicht alles einsammeln weil ich habe eigentlich schon gut gefarmt wie gesagt ich bin hier habe ich das gebaut und habe dann hier meine kisten und habe hier kram drinne und hoffe dass das hier reicht und hier habe ich irgendwelchen kram drinne ich lasse aber erst mal ein paar sachen da das alles trinken muss ich mich kümmern hier habe ich das seile mache ich daraus hier ach so ja genau also dann kommt wieder zu nix erstmal kurz was trinken dann habe ich das gefühl fängt bob wieder an leicht zu knabbern planken brauchen wir nicht so die schmelze das ist das nächste wichtige was ich brauche ich habe jetzt nämlich hier 12 oder machen wir noch geniegend platz ja wir haben geniegend platz nicht dass man ja manchmal erst der eine mal weg hier platz nicht dass uns hier wieder irgendwas weg potzelt mir ist das paar mal passiert dass ich hier irgendwelche sachen eingesammelt habe dann putzelt die vor mich hin und dann konnte ich nicht mehr auflesen das war blöd das war sehr blöd das passierte mir beim essen nach dem essen kochen okay also ziegel haben wir ansonsten dürften wir eigentlich alles haben jetzt fleißig gefarmt das ist dann hier oben warum ist das hier andere ach andere ist das okay naja genau das hier dann habe ich ja den tipp gekriegt ach die riesenmuschel da muss ich ja dass ich hier so ein nest machen soll in einem ruhigen ort das wäre ich dann als nächstes machen da muss ich aber irgendeine insel ansteuern dann doch gehört das weg besser warte mal ich mag das nicht wenn die fässer mir vorbeischwimmen habe ich ein schlechtes gefühl aber ich muss das noch einsammeln ich bin bestimmt nebenbei doch das wird bestimmt wieder mir vorbei aber dass das schon bei mir vorbei zwei fässer fett ich brauchte ich brauchte auch die großen kisten auch dann ob die hier ist das ist dann wieder an mir vorbei auch noch die großen kisten weil ich alles ich brauche alles ich brauche alles sprach alles ja super so jetzt fällt mir bestimmt was von raus nicht okay konzentration schmelze braucht man nägel nägel haben wir hier am eisen jahre ein hammer 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 und die schmelze und herstellen und da haben wir die schmelze und dann haben wir die hinten hin und wir machen hier oben so ein bisschen unsere unsere arbeit plattform würde ich sagen machen wir da hierhin ja wir machen das oder hierhin wir machen das hier daneben machen das mal ein bisschen hier hin ich sagen kann eigentlich nichts passieren hoffe ich so super lang platzieren okay das kann man doch warte mal jetzt kann man doch das reisen metallerz platzieren das sieht aus cool genau super so jetzt muss ich aber erstmal einsammeln warte mal das ist voll ich brauche die großen kisten das haben wir hier hin das ist schon fast voll da haben wir mal hier die planken rein und das ist schon und hier das haben wir erstmal hier weil ich was mein sammeln so das geht dort auch nicht okay okay das haben wir erstmal ein bevor das zeug verschwindet weil das wurde mir auch gesagt man kann das nicht einfach sammeln so ewig das verschwindet dann irgendwann das ist natürlich blöd weil sonst hätte man gesagt okay man man lagert das hier und ja ist noch platz sehr schön und dann erst wenn man das braucht dann benutzt man das worte 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 hat und das heißt wir müssen jetzt irgendwie die insel ansteuern damit wir hier diese muscheln kriegen die brauchen unbedingt so jetzt habe ich das gefühl das geht nicht das geld ist super super dahinten das kann man auch mal ansteuern hier die insel also dieses dieses fluss genau so kommt jetzt kommt eigentlich so treffen nächste kannst du nicht treffen na gut okay essen trinken müssen dass man kopf und selber kümmern kartoffeln essen und wir haben jetzt doch die kartoffeln die haben gleich wieder drauf super planken platzieren und das lassen wir erst mal weil das gibt viel zeug und klasse okay ich wollte dorthin gehen das heißt wir öffnen das und drehen das in die richtung könnte das passen so ja das sieht eigentlich gut aus dann nehmen wir das am besten frontal so dass wir uns dann durch unseren eigenen schub und dagegen drücken dann schauen wir mal was an der was in der kiste ist da sind meistens irgendwelche kisten drin oder drauf so so müsste das klappen so noch ein bisschen dagegen super genau rahmen entern nehmen was haben wir genommen und wieder rüber und ab geht er warte mal jetzt muss das müssen müssen wir es mal weg wieder oder da machen wir einfach mal das ding dazu gold super 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 müssen wir natürlich erst mal wieder anschauen wo wir hin müssen jetzt ist ja das habe ich das versenkt ich hab's versenkt aha okay ich muss jetzt erst mal dann so erforschen und dann kriegt man bestimmt neuen schwung an sachen was wir bauen können ja gut das geht in die richtung ok strom ist eigentlich so ok wir lassen das gut essen trinken das muss ich mal weg hier so ok weil ich will jetzt forschen haben wir es geschafft metall aufnehmen super und jetzt kann man müssen wir den natürlich vergolden erstmal naja vergolden nicht aber forschen genau das können wir das lernen schon wir lernen metall sperren und das ist cool super so jetzt jetzt checke ich mal ob ich die noch ein paar eisenbahn habe ich glaube ich hatte hatte ich was nie hatte ich nicht doch hier zwei stück zwei stück hatte ich hier lassen wir hier erst mal trenne sollte ich vielleicht noch eine zweite machen hast wie die teuer sind die jetzt oder mal trockenziegel na gut okay wir haben nicht so viel okay okay das heißt ich würde es erst mal hinten wieder rein und wir brauchen eigentlich heute mal den metall sperren ok mit zwei metallbarn das heißt wir müssen die nächste insel auf jeden fall ansteuern und diesmal und um eisen kann man eigentlich den schrott einschmelzen na gut also was ich machen wollte war wie gesagt ist da oben so die so eine arbeits bühne etage und dann noch eins höher und auf dem höheren wollte ich dann ähm so bäume oder so pflanzen also weil die brauchen ja dann doch schon ein bisschen platz nach oben das heißt warte mal ich lass mal noch hier das hier wieder dann hauen wir es wieder ins bett das macht sinn so essen ähm durst ist okay hinlegen schlafen aufwachen super klasse sperr nehmen ist der sperr wahrscheinlich beim nächsten mal angriff kaputt wobei das egal ist auch die plaste ist so viel so warte mal sieht's denn aus sieht eigentlich gut aus gut okay dann können wir mal ein bisschen bauen noch beziehungsweise hier ist das soweit klar süßwasser trinken weil selbst für diesen coolen grill hier oben war der bestimmt da brauchen wir metall aber wir brauchen unheimlich viel metall okay wie sieht's hier aus es ist fertig so ist jetzt probiere ich mal ob das geht aber es geht wahrscheinlich nicht ich meine das zeigt ja noch an dass man dann kann ich das hier rein machen hier kann ich nicht rein machen oder könnte sein okay ach so das einzige problem ist warte mal wenn ich jetzt das war die muschel hätte ich das jetzt schon erforscht das scharnier ich muss das scharnier bei ich muss wahrscheinlich das scharnier bauen und wenn ich wegen diesen großen kisten genau und ach das muss ich auch forschen ok jetzt genau super 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 so also wir suchen nach einer insel und wenn wir die insel gefunden haben dann in den inseln wo man ich kann ja nicht habe ich habe ein block ein klumpen noch wenn ich den klumpen einschmelze so ich schmelze den ein dann kriege ich ein scharnier raus oder oder man kriege ein scharnier raus genau und wenn ich ein scharnier hätte könnte ich die kiste bauen da kann man dann ich finde die kleinen die 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 sind das ist das ist das ist zu viel andererseits muss schon wieder eine bauen ja weiß noch genau ok das war klar dafür ist der sperr weg das macht nichts wir bauen wieder das hin auf ango den brauchen wir auch bald wieder nächste insel müssen wir ansteuern und einsammeln und vorher erst mal hier noch die sache machen wir das jetzt so wir haben am besten oder das das zeug haben wir rein das haben wir eigentlich schon mal alles irgendwie ein das brauchen wir überhaupt nicht steine lassen wir mal nach da so dass man immer mal die basics haben die nägel lassen wir hier das lassen wir hier und hier oben die reihe so ein bisschen hohstoffe den rest hau mal rüber das können wir einsammeln gehen und dann muss man eigentlich warten dass man hier irgendwie eine coole insel finden ja nicht schlecht na gut da kann man eigentlich der weile oben weiterbauen wie sieht es aus mit essen so und die nehmen wir uns essen sie weg und dann haben wir kein radieschen ich hatte hier aber extra kiste mir angelegt mit zeug und da kann man eigentlich sagen oder die kann man sowieso nicht vor erstmal mal ein paar weg dass das wenigstens schön wieder gefüllt ist zack hauen wir es wieder hin und was jetzt wir brauchen sind natürlich hier solche ach so da brauche ich natürlich nägel oder sind diese zähle die brauchen auf jeden fall immer ansonsten kann man kein wenn ich das hier mache dann mache ich doch erstmal noch mal ein holzboden den krieger hin genau aber wir kriegen das soll ich nicht machen das soll ich nicht machen kriegt man aber bloß einmal rum dann müssen wir so ein pfahl setzen doch nicht hier bringt es auch nicht ich könnte es hier machen genau das ist glaube am effektivsten genau da kann man nämlich vier ringsrum bauen und dann brauche ich hier vorne wieder ein pfahl okay habe ich noch ein nagel ja klappt so warte mal wenn wir jetzt mit der mit der hier hoch gehen dann gehen wir hier lang und wir machen vielleicht so ein bisschen äh ich meine ich kann natürlich auch noch ein bisschen weiter dann hier machen das ist ja kein kein ding das segel das weiß ich nicht das nehme ich vielleicht noch ein bisschen vor nehm ich vielleicht ein bisschen vor die frage ist es eben bloß wo ich die andere leiter hinsetze oder ich mache so eine leiter oder ist aber die ist schon cooler irgendwie wir machen die einfach gehen hier lang und dann haben wir platz da komme ich auch natürlich dort ist blöd andererseits könnte ich dir eine kiste wegnehmen oder ich nehme dann noch mal die die schmelze weg ich nehme noch mal die schmelze weg vorher hole ich noch die beiden sachen ein super das haut wahrscheinlich auch ab da hinten ach nee das war keine inseln aber das kann man auch noch mal einstreben gibt es irgendwo eine insel irgendwo warte mal noch auf das fass noch mal beides wieder kriegen hier wir kriegen beides damit das hier ruzeln kann machen wir das so das ist fertig geben wir noch eine planke drauf ok und jetzt ist natürlich wenn wir hier lang gehen müssen wir ähm hier 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 so das mache ich irgendwie weg dann und dann kriegt man hier noch irgendwas hin ah da müssen wir auch eine von der seite ne da müssen wir auch eine pfahl hier hinsetzen oder wie oder mal 1 2 3 4 ja doch so bob ja ok ich habe das dann kein ding genau also wieso geht es nicht ach mir fehlt holz ok ok habe ich doch schon ganz schön viel holz verbraucht aber wir haben ja eh hier 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 und dann ist das fass das sind auch der hagen gleich kaputt sein super das ist schon wieder naja tippeltappeltur genau und hier stört das ähm jetzt schauen wir uns das mal an hoch kommen wir eigentlich jetzt das klappt hier rum wir haben eigentlich auch genügend platz und jetzt könnte man hier das wäre ich noch umbauen vielleicht lasse ich das warte mal warte 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 ich will vielleicht nochmal zurück hier hier warte hier eh und ähm zurück kommen wir kommen wir zurück zu dem ding nochmal schnell schauen was dort ist das machen wir als letztes heute ansonsten mache ich dann folgendes ähm wenn ich werde weiter schippern werde hier oben noch ein bisschen weiter bauen und dann warte mal schaffen wir das nee scheint nicht zu sein warte mal ich fixe hier mal an doch langsam langsam und wenn wir eine Insel finden dann dann sehen wir uns wieder und dann versuchen wir dort eine Perle zu finden und so warte mal und Metall das ist es die beiden Sachen habe ich wieder versenkt warte noch was anderes dabei ah Mist dahinter sah also aus mal ne muss schon runtergehen so ok so na gut na gut na ja gut und oben dann ähm kann ich eigentlich schon bauen ich glaube noch nicht doch 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 ah ne da brauchst du Metall viel Metall viel Metall aber das ist das ist das nächste viel Metall ich bin abgekommen vom Paddelmacher noch bisschen bis das Ding kaputt ist und das hat nicht gereicht Paddel Flanke weiter geht's komm da erstmal hin da drüben ist der Strom mit meinen Rohstoffen gut ich könnte es natürlich vielleicht auch mit dem mit dem na gut das machen wir jetzt mal mit dem Segel das steuern ok egal so ich meine ok kriegt man nicht hin essen ist wir haben uns wieder für alles gehabt das heißt wir schleichen uns hier zur Kartoffel nehmen die essen sie und alles gut gut liebe Leute da würde ich sagen wir machen erstmal Schluss ich baue hier oben ein bisschen weiter und wenn wir dann eine Esel finden dann sehen wir uns wieder kommst du wieder Bob nein alles gut ja im Sinne ich muss noch ein bisschen rüber ich muss noch ein bisschen rüber ich muss noch ein bisschen rüber ich mach das hier mit dem Ding so und ein bisschen in die Richtung kann ich nicht das eigentlich auch lassen dass ich einfach schneller bin dass ich quasi hier durch pflüge und alles einsammle so hier ich muss das doch nicht einsammeln oder ich muss das doch nicht einfahren wieder das Fass äh oh meine Güte das Segel meine ich oder ich kann ja mal ausmachen dann sehen wir mal in welche Richtung das geht das geht wahrscheinlich in die Richtung und das sind wir vielleicht auch ein bisschen schneller insgesamt genau warte mal jetzt sehen wir die Spur die bewegt sich halt hier hin und her aber das ist die Richtung und das heißt in die Richtung na gut das machen wir dann es wird gleich Abend das heißt es ist sowieso wieder Schlafenszeit und ja wir brauchen ja auch für für das braucht man die Riesenmuschel genau also Riesenmuschel und Metall Riesenmuschel und Metall das ist jetzt das nächste was wir definitiv brauchen viel Metall gut liebe Leute das war es in dem Sinne bis zum nächsten Mal ciao